Die Tour ist vorbei, lang lebe die Tour oder wie die Franzosen sagen, vive la France. Die Frauen setzen dem Ganzen noch einen drauf, denn die fahren jetzt auch ihre eigene Frankreich-Rundfahrt. Die Tour de France avec Swift und die geht noch bis Sonntag und die haben auch schon richtig losgelegt. Aber was waren nicht die Herren ziemlich schnell unterwegs? Die schnellste Tour de France jemals. Deswegen habe ich mir in der heutigen Show gedacht, schauen wir uns mal an, ob die Fahrer oder die Profis die schnellsten Radfahrer jemals sind. Oder ob sie vielleicht nur Hase-Igel-Story-mäßig ein bisschen cleverer geworden sind. Ganz egal, denn Igel sind so süße Tierchen, dafür kann man doch mal 1400 Kilometer vom letzten untersten Zipfel im Norden von England bis hoch nach Schottland fahren. Bevor wir mit der Story anfangen, muss ich noch ein paar Sachen abhaken, denn es gibt ein paar Gerüchte und auch Comebacks. Und zwar der junge Kolumbianer Egan Bernal, der im Frühjahr so einen schlimmen Unfall im Training hatte, auf seinem Zeitverrat. Der wird wohl sein Comeback feiern, schon dieses Jahr. Das sah ja gar nicht so gut aus. Und zwar, weil der Volta a Burgos vom 2. bis 6. August soll er dort starten und sein Comeback feiern. Ich habe mal bei Strava oder ich habe gesehen, dass Leute Aktivitäten von ihm bei Strava gesehen haben in Andorra, wo er trainiert und lebt. Und dort ist ein Anstieg, Larabassa, über 25 Minuten mit 5,6 Watt pro Kilogramm hochgefahren. Also der scheint schon ziemlich fit, hätte wahrscheinlich auch schneller fahren können. Und ja, dass er Fortschritte macht, das sehen wir. Und ich bin echt happy, den jungen Mann wieder zurückzuziehen, denn der hat mir ein bisschen auch mit seiner Fahrweise bei der diesjährigen Tour de France gefehlt. Wer auch gefehlt hat bei der Tour de France, war dann Primoz Roglic irgendwann. Viele haben ihn kritisiert, warum er einfach aussteigt. Aber es hat sich wohl herausgestellt, dass er sich zwei Wirbel gebrochen hat. Und dann trotzdem noch solche Leistungen zum Col de Granon zu zeigen, wo er wirklich Jonas Wingergaard den Weg ins gelbe Trikot vorbereitet hat. Der muss sich ganz schön gequält haben. Und für diese Leistung oder ja, an sich seine Leistung ist er wohl auf den Schirm für den Transfer gekommen. Und zwar das Team Ineos soll angeblich Interesse an dem Slowenen haben. Fände ich ziemlich geil, weil ich würde sagen, dass Primoz Roglic einer noch jemand oder jemand wäre, der dann Pogacar und Wingergaard in den Bergen Konkurrenz machen könnte. Und wenn der dann für ein anderes Team fährt, ist das doch viel interessanter. Außerdem, Ineos war ja auch nicht mit der vollen Besetzung dort. Egan Bernal hat gefehlt, einen Carapaz kann man noch mitbringen. Und die haben ja noch so ein paar richtig gute Bergfahrer am Petto. Deswegen könnte die nächste Tour de France nächstes Jahr ziemlich spannend werden. Was auch spannend war, war Joran Thomas' Leistung. Der hat es mit 36 Jahren nochmal aufs Tourpodium geschafft. Und der hat ja im Prolog seine Weste vergessen auszuziehen, die Regenweste. Und ist da mit dem Prolog gefahren. Und dann hat er so eine kleine Aktion gestartet. Und zwar hat er Leuten von der Tour de France, also Zuschauern oder anderen, seine Weste mitgegeben. Und die haben das für ihn bis nach Paris weitergetragen. Und die Weste hat es wirklich bis nach Paris geschafft. Das Ganze wird dann für einen guten Zweck, wird die Weste jetzt versteigert. Und eine Frau vom Team EF Education Easy Post hat sich gedacht, die Weste, die können auch noch ein bisschen weitermachen. Und bis zum wirklichen Ende, also der Superplanche de Belleville, noch weiterreisen. Also die Weste von Joran Thomas, die reist jetzt noch ein bisschen weiter. Und wird danach am Sonntag hoffentlich für einen guten Zweck versteigert. Eine Sache, die bei der diesjährigen Tour vor allem aufgefallen ist, war diese hohen Geschwindigkeiten, mit denen die Etappen abgelaufen sind. Und wir haben seit über 15 Jahren, 17 Jahren, haben wir die schnellste Tour de France von 2005 geschlagen. Und sind jetzt mit einem Schnitt von über 42 kmh am Ende für die schnellste Gesamtfahrtzeit, von denen Jonas Winkegaard angekommen. Und das wirkt oder wirft ja so ein bisschen die Fragen auf, ist das Ganze realistisch? Woran könnte das liegen, dass die Jungs mittlerweile so schnell fahren? Und da habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Und zum Glück mit der heutigen Zeit stehen uns ja auch ein Unmengen an Daten zur Verfügung, wo wir schauen können, mit anderen Zeiten von damals vergleichen können oder irgendwelche Materialtests, wo wir Rollwiderstand von Reifen, Aerodynamik etc. zusammengefasst haben. Und weil das ein bisschen viel Arbeit für mich gewesen wäre, werde ich mich jetzt ein bisschen vor allem von Leuten von Twitter bedienen, die das hobbymäßig gerne in der Öffentlichkeit teilen. Und ein richtig guter Account, wenn man Zeiten am Berg etc. vergleichen will, ist ein Finne. Und ich hoffe, mein Finish ist jetzt gut, denn der Name ist Amati Proriari. Der schreibt immer oder der berechnet die Watt pro Kilogramm Zeiten und die VAM, also die Vertical Ascent Meters, also die Meter pro Stunde, die geklettert werden auf und setzt das auch gerne in Relation mit vorhergegebenen Zeiten. Und der hat natürlich auch mal aufgeschrieben, die zehn schnellsten Tour de France Editionen, die über einen 40er-Schnitt hatten. Da haben wir jetzt 2022 mit 42,026. 2005, das Jahr um Lance Armstrong, war das Ganze noch mit 41,65 kmh. 2021, also vergangenes Jahr, war auch schon richtig schnell die drittschnellste Tour de France. 2017 war dann auch knapp an der 41 kmh-Grenze. Aber warum hat sich das so jetzt in den letzten Jahren nach oben getrieben? Liegt es vielleicht am Material? Die Sachen sind aerodynamischer geworden. Liegt es vielleicht auch an der Taktik oder auch an der Rennweise, wie die Fahrer fahren? Corona hat ja auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass viele Fahrer nicht wussten, okay, wie viele Rennen habe ich jetzt noch bis zum Ende? Und seitdem habe ich von meinen alten Kollegen gehört, dass sich das Rennenfahren total geändert haben. Also es geht wirklich von Kilometer Null in die Attacke und da wird echt am Ende erst aufgehört, Radrennen zu fahren. Ich habe ein schönes Interview gesehen von Jorane Thomas, der gefragt wurde, auch was er von den neuen Zeiten oder von dem Rennenfahren so hält. Denn er meinte, ja, wir sind hier bei der Tour de France dieses Jahr, hatten wir erst zwei Sprintankünfte. Und die waren noch nicht mal in Frankreich, sondern noch in Dänemark. Also er spielt darauf an, dass die ersten drei Etappen in Dänemark waren und da zwei Massensprints waren. Dann hatten wir noch einen Massensprint an der 15. Etappe nach Carcassonne, wo Jasper Philipsen gewinnt. Und sonst hatten wir auch immer echt schwere Ankünfte mit Bergankünften oder so. Was für Panschöre, wo wir Wout van Aert gesehen haben, Michael Matthews oder Pogacar, die gewonnen haben. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass der Schnitt beim Rennen einfach extrem hochgegangen ist. Natürlich spielt auch die Ausrüstung eine Rolle. Also wenn man jetzt ein Rad von damals mit 1995 vergleicht, dann ist das natürlich mit den Carbonrädern, mit Hochprofillaufrädern, mit aerodynamischer Kleidung etc., Helm, allem Pipapo nicht mehr zu vergleichen. Und die Fahrer, die dann quasi im Tal sich erholen, sind halt in der Lage, mit weniger Watt, mit weniger Aufwand frischer an den Berg zu fahren, um dann dort halt ihre Raketenstufe zu zünden. Um die Zeiten ein bisschen in Relation zu setzen, habe ich mir mal ein paar Anstiege rausgesucht oder dort Zeiten verglichen, die ich bei Twitter gefunden habe, bei den Einstiegen, ja, Accounts, die das in Relation setzen. Und zuallererst eine Meldung zu Alpe d'U.S. Dort ist es jetzt mal seit über 20 Jahren wieder gelungen, in die Top 20 reinzufahren. Also Jonas Wiengegor, Pogacar und Geraint Thomas, die sind da in die Top 20 gefahren. Geraint Thomas hat ja auch mal vor ein paar Jahren geschafft, dort zu gewinnen. Und er hat einfach zu seinem Toursieg viel bessere Leistungswerte gefahren und war auch jetzt dieses Jahr 2020 viel schneller dort unterwegs. Natürlich kann man das nicht immer vergleichen, wie das Rennen vorher gefahren wurde. Aber davor gab es ja auch ein paar richtig harte Anstiege. Also so richtig frisch sind die Jungs da nicht mehr reingefahren. Was ich auch richtig beeindruckend fand, war das Etappenziel nach Mondé. Das war ja so ein guter 10-Minuten-Anstieg. Dort war die schnellste Zeit jemals auch von Marco Pantani. Der ist da 8 Minuten und 58 Sekunden hochgefahren vor Miguel Indorhein, eine Sekunde schneller. Und Pogacar und Wiengegor, die sind da ja richtig hochgezogen. Und die waren wirklich nur 6 Sekunden langsamer. Und mir hat es so den Anschein gemacht, dass die noch schneller hätten fahren können. Es wurde ausgerechnet, Pantani ist angeblich 7,63 Watt pro Kilogramm da hochgefahren. Zum Vergleich, Ritchie, den habe ich jetzt mal so mit 75 Kilo genommen, der hätte für diese Leistung 574 Watt fahren müssen und ich hätte 478 mit meinen 65 Kilo fahren müssen. Das sind einfach Wattwerte, das kann man sich nicht vorstellen. Vor allem als Hobbyfahrer, das hat man vielleicht über 30 Sekunden oder eine Minute, wenn man fit ist. Und die Jungs fahren das einfach über 10 Minuten und dann mit 60 Kilogramm. Das finde ich richtig krass. Der KOM bei Strava, der ist bei Alp Dues auch gefallen. Also der Pantani, der ist ja noch nicht mit Strava und Co gefahren. Und den hat sich jetzt Sepp Kuss, der Helfer von Wiengegor, geholt. Der ist 6,08 Watt pro Kilogramm da hochgefahren mit 62 Kilo. Also waren das dann 371 Watt über 40 Minuten, finde ich richtig krass. Was natürlich auch nochmal ein Unterschied ist, der ganze Sport ist professioneller geworden. Also ich kenne auch noch Geschichten von Rennfahrern wie Frank Vandenbrücke und Co., dass die mal ganz gerne auch nach einer Etappe noch eine abendliche Diskothek besucht haben. Ich denke, so ein Thomas Pitcock oder Jonas Wiengegor, die wissen gar nicht, wie so eine Diskothek von innen aussieht. Deswegen ist das Ganze nicht mehr so richtig vergleichbar und das Training hat sich einfach gewandelt. Also die Profis, die bereiten sich sehr professionell im Höhentrainingslager vor, um quasi den Effekt, den Pantani, Bjarne, Ries und Co. damals mit EPO sich einfach reingespritzt haben, natürlich zu erlangen und dadurch sind sie halt in der Lage, ihren Körper auf diesen wenigen Sauerstoff in der Höhe vorzubereiten und einfach besser Sauerstoff aufzunehmen. Ja, die Ausrüstung habe ich natürlich auch schon erwähnt. Die hat sich natürlich viel, viel mehr verbessert. Um den ultimativen Realitätscheck zu machen, ob die Jungs wirklich in der Lage sind, mit den besten Leistungen sich zu vergleichen, habe ich mir den Anstieg nach Ota Kamm rausgesucht. Denn dort hat Bjarne Ries die Rekordzeit mit 34 Minuten 40 und das ist angeblich die beste jemals gemessene Leistung eines Radprofis am Berg. Der Kollege ist einfach für 6,88 Watt pro Kilogramm dort hochgefahren. Also der ist da wirklich alles im Stehen im großen Blatt hochgefahren und die Etappe wurde ja ebenfalls von Jonas Wingegor gewonnen und der hat es geschafft, die 18 schnellste Zeit zu fahren. Also die anderen Zeiten sind wirklich nur von 1996 bis 2000, wo Lyons Armstrong 14. geworden ist. Und der Jonas Wingegor hat es halt wirklich geschafft. Klar, er wurde auf jeden Fall, er ist nie alleine gefahren, er hat immer ein bisschen Windschatten gehabt. Also bei den Geschwindigkeiten können wir ja wirklich noch von Windschatten reden. Also er hatte unten rein Sepp Kuss und dann hat für ihn Wout von Art übernommen und das Ganze hochgezogen. Was man aber auf jeden Fall auch nicht außer Acht lachen sollte, dass die davor noch den Colt de Spandels gefahren sind. Und dort sind die auch schon eine halbe Stunde mit über 6 Watt pro Kilogramm gefahren, also Pogaccio und Wingegor. Und das finde ich schon richtig krass, aber man weiß es nicht so genau. Was ich auf jeden Fall ziemlich krass finde, warum die Jumbus vielleicht zu schnell sind, liegt es an einer anderen Ernährung. Dazu habe ich noch einen Bericht gefunden aus dem Telegraph, wo der Teamchef Richard Plugge gesagt hat, dass sie Ketone verwenden und die sollen angeblich bei der richtigen Verwendung bis zu 15% Leistungszuwachs bringen. Da sprechen wir wirklich schon bei 15% genauso wie von verbotenen Mitteln wie EPO. Die UCI überlegt das Ganze oder die Weltantidopingagentur das Ganze zu verbieten. Einen Vergleich könnte man vielleicht von Christopher Froome erfahren, denn der ist auf jeden Fall früher mit Ketonen gefahren bei Team Sky Ineos und der ist jetzt beim Team Israel Premier Tag und die sind in der MPCC. Das ist ein Team für eine Bewegung für den glaubwürdigen Radsport und den Fahrern ist es untersagt, Ketone zu verwenden. Also Jumbo Wismar wird wahrscheinlich da irgendwie eine Art gefunden haben oder eine Methode, wie man diese Ketone noch besser benutzen kann und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum sie dieses Jahr so dominant waren. Also mehrfache Etappensieger mit vier Fahrern Etappensieger geholt, Bergtrikot, gelbes Trikot, grünes Trikot, ja einfach sagenhaft. Chris Froome könnte uns vielleicht wahrscheinlich beantworten und ich bin oder frage mich jetzt, wenn ich mir die Leistungen von Christopher Froome anschaue, von Lance Armstrong, Bjarne Ries und Co., die so ein bisschen vergleichbar sind mit den Anstiegen von Wiengegaard und Pogacar. Könnten Pogacar und Wiengegaard bei Natur 96, hätten die da mithalten können? Oder 1997 hätten sie mit Jan Ullrich nach Andorra mit hochfahren können? Schreibt mir mal gerne das in die Meinung, auch den bisherigen Dominator der Tour de France, Lance Armstrong, hätten sie den, also wären sie konkurrenzfähig gewesen im Zeitfahren oder in den Bergen, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht, was eure Meinungen sind, was euer Eindruck ist von der diesjährigen Tour de France. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen habt und freue mich auf eine lebhafte Diskussion in den Kommentaren. Für die heutigen Tech News habe ich einen neuen Fahrradrahmen gefunden im Netz oder im Internet und zwar von der Firma Envy, die ja eher bekannt sind, Laufräder herzustellen oder andere Anbaukomponenten wie Sattelstützen, Lenker und Vorbauten. Und die haben jetzt ihren allerersten Fahrradrahmen rausgebracht, das Envy Melee. Das ist ein aerodynamisches Rad, das aber auch ein bisschen, ja, oder ziemlich leicht aussieht und es erinnert mich persönlich ein bisschen an das Tarmac SL7 von Specialized. Envy ist ziemlich stolz darauf, jetzt selber auch Fahrradrahmen zu produzieren und sie sagen, dass es auf jeden Fall ziemlich schnell ist und für viele Anwender verfügbar oder, ja, geeignet. Denn man kann Reifenbreiten oder man sollte Reifenbreiten von 27 bis 32 mm fahren. Also für Leute, die auch mal abseits der Straße unterwegs sind, ist es vielleicht das perfekte Fahrrad. Und was ich auch ziemlich interessant fand, wir haben an der Gabel und am Hinterbau haben wir Gewinde für, ja, wenn jemand ein Schutzblech montieren will. Also ein Rad, was man auch gerne mal im Winter fahren kann mit Schutzblechen. Das ist auf jeden Fall das neue Envy Melee. Und wer sowas gesucht hat, einen aerodynamischen Renner, wo man auch ein Schutzblech dran bauen kann, dann ist das vielleicht für dich genau das richtige Rad. In der GCN Inspiration habt ihr jede Woche Chancen auf drei coole Preise. Und zwar, wenn ihr die GCN App runterladet im App Store, im Play Store und euch einen Account macht in der GCN App und dort unter der Rubrik Radinspiration, Inspiration ein Foto von euch eurer Radfahrt hochladet, dann schauen wir uns das Ganze an und entscheiden jede Woche drei Gewinner. Und Platz drei ging diese Woche an Moritz Pupp. Der hat nämlich schon die GCN App genutzt, war aber sich immer, oder hat sich gewundert, warum seine Fotos nicht im deutschen Feed gelandet sind. Und er hat dann einfach mal getestet und hat die Systemsprache von Englisch oder Chinesisch auf Deutsch umgestellt. Und tada, sein Foto ist jetzt auch endlich im deutschen Feed gelandet. Und der hat eine Morgenrunde gefahren bei den heißen Temperaturen. Ja, eignen sich die Morgenstunden ja einmal ganz gut zum Radfahren. Und für dieses wunderschöne Foto, wo er über den Samerberg gefahren ist bis zum Simsee, gibt es Platz drei und da gewinnst du die GCN Elite Trinkflaschen im Doppelpark. Wir machen auch direkt weiter mit dem zweiten Platz an David Out. Und der ist mit dem Rad zwei Stunden gefahren, um dann sechs Stunden später insgesamt 4000 Höhenmeter abzuspulen. Dafür ist er auch ebenfalls früh aufgestanden. In Tirol ist er gefahren. Bike on Hike hat er das Foto genannt. Und für diesen wunderschönen Sondenaufgang im Tiroler Land gibt es natürlich den zweiten Platz. Und der zweite Platz diese Woche beinhaltet folgende Preise. Die Elite Thermoflasche Mia fehlt nur noch Platz eins. Und das ist für mich ein persönliches Anliegen. Und der geht an den Autor The Big for Accountant. Ich dachte immer, das wären PVC, Deloitte, was gibt es noch, KPMG. Und ihr schreibt es in die Kommentare. Der hat ein wunderschönes Andenken gefunden. Und zwar zum Ehren von Simon Geschke, der im Gelben Rekko war, hat die Stadt Freiburg hier so ein Pferdchen in Polkadot-Jersey umlackiert. Es war ziemlich spannend bis zum Ende. Leider war Jonas Winkogor dann doch irgendwie der stärkste Bergfahrer. Vielleicht sollte man das Klassement mal ein bisschen ändern. Und ja, dennoch Hut ab vor der Leistung von Simon. Und für dieses wunderschöne Foto von dem Pferd in weiß mit roten Punkten gibt es Platz eins. Und Platz eins sind folgende Preise. Das GCN World Logo T-Shirt in blau. Das Klassik Handtuch in klein in rot und weiß. Und dann den GCN Core Hoodie in rot. Das waren jetzt alle GCN Inspirationsgewinner. Wenn ihr auch dazu ziehen wollt, dann GCN App runterladen und teilnehmen. Und dann bis nächste Woche. Die Ergebnisse der Tour de France sollte wahrscheinlich eigentlich jeder mitbekommen haben. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Das Gesamtklassement ging an den Dänen Jonas Winkogor vor Tadej Pogacar und Jorraine Thomas. Das grüne Trikot ging an Wout van Aert, ebenfalls vom Team Jumbo Wismar. Das weiße Trikot hat Tadej Pogacar gewonnen. Und der angriffslustigste Fahrer war auch Wout van Aert, der da in der Abstimmung vor Simoni gewonnen hat. Die Bergwertung, die ging leider auch an Jonas Winkogor. Ich hätte Simon Geschke sehr gegönnt, wenn er das Ding geholt hätte. Aber der Däne war einfach stärker. Und die Teamwertung, die hatte ich auch noch im Petto. Und zwar die ging an Team Ineos Grenadiers. Und auch die Frauen sind zu ihrer Tour de France gestartet. Und die allererste Etappe startete ja in Paris auf der Champs-Élysées, wo die Herren zu Ende gegangen sind. Und dort gewann Lorena Wiebes im Massenspurt vor Marianne Voss und Lotte Kopecky. Die beste deutschsprachige Fahrerin war Lisa Brennoir auf Platz 19. Und falls ihr das verpasst habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf unserem Racing-Kanal GCN auf Deutsch Racing vorbeischauen. Dort haben wir alle Highlights der Tour de France und ebenfalls der Tour de France oder Tour de Femme. Wenn ihr ein bisschen satt seid und nur noch die Highlights reinziehen wollt, dann seid ihr da genau richtig. Und in Belgien wurde ebenfalls Radrennen gefahren. Und dort hatten wir auch ein Comeback. Und zwar vom Weltmeister Julien Alaphilippe. Der gewann die allererste Etappe an der Mür de Ruy in Belgien und konnte dort ins gelbe Trikot fahren. Am Sonntag hat das Trikot wieder verloren. Aber wir haben noch ein paar Etappen im Petto. Und die könnt ihr ebenfalls weiterhin auf GCN Plus euch reinziehen. Mit einem GCN Plus Abo habt ihr weiterhin diese Woche die Möglichkeit, schöne Radrennen zu spielen. Und vor allem die Tour de Femme, AVEC Swift, die läuft noch bis Sonntag. Die Frauen fahren ihre allererste Tour de France und da sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und falls man sie dann noch verpasst, dann schaut bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, dem Racing-Kanal. Dort sind die Highlights ebenfalls immer zeitnah nach den Etappen. Dann wird am 30. Juli noch in der Klassiker San Sebastian gefahren. Ein weiteres Worldtour-Rennen, wo immer viele Tourfahrer noch am Start sind. Oder auch andere, die bei der Tour nicht vor Ort waren. Richtig schweres Radrennen. Ziemlich historisch. Und der Sieger, der macht sich auf jeden Fall immer einen Namen. Ebenfalls, oder einen Tag danach, haben wir dann noch in Spanien den Circuit de Gexto. Oder Gecko. Gezzo. Und ebenfalls ein schweres Eintagesrennen, das ihr bei GCN Plus sehen könnt. Und eine Doku will ich auch noch empfehlen. Und zwar jetzt am Dienstag kommt eine raus mit den seltensten Fahrrädern. Und dazu sind unsere, oder meine Kollegen, Oliver Bridgewood, Simon Richardson und John Kennings, Alex Payton nach Deutschland gekommen. Und sind mal zu Ulrich Schoberer, zu SRM gefahren. Haben sich dort ein paar nette Fahrräder von Lance Armstrong, Jan Ulrich angeschaut. Oder Roman Arnold, der sammelt auch, der Chef von Canyon, der sammelt wohl auch ganz gern Fahrräder. Und hat historische Raritäten bei sich zu Hause stehen. Genauso wie der Taido, der arbeitet bei Continental und der ist auch ein fahrradverrückter Sammler. Der hat richtige Schätze bei sich zu Hause stehen. Und ja, alle Räder dabei, Colnagos Canyon. Und ja, wer ein Fahrradliebhaber ist und sich gerne alte Schätze anschaut, der sollte diese Doku unbedingt ansehen. Was ist denn euer Lieblingstier eigentlich? Und was würdet ihr dafür tun? Der Brite Harry Peska, der liebt Igel. Und deswegen hat er sich gedacht, fährt er mit seinem Vater für ein Krankenhaus für Igel oder für ein Tierkrankenhaus, das Tinky Wiggles Wildlife Hospital. Fährt er einfach mal schlappe 1400 Kilometer von Lens End in Cornwall bis nach John Grodds nach Schottland. Ich habe das mal bei Komoot eingegeben. Das sind über 1460 Kilometer. Dazu will er nur 34 Tage brauchen, um Geld zu sammeln für sein Lieblingstier, den Igel. Und diese Geschichte finde ich ziemlich süß. Und falls ihr ein Igel-Fan seid, dann schaut doch mal auf der Website vorbei, wo man spenden kann. Und lasst ihm ein paar Dollar da oder ein paar Pfund. Da wird der Kleine sich auf jeden Fall auch drüber freuen. Und man kann die ganze Geschichte auch so ein bisschen online verfolgen. Und wenn jemand Fritten mag, der ist auch genau richtig. Denn der kleine Harry, der hat noch private Angelegenheiten mit dabei. Denn der Kleine mag ganz gerne Pommes. Und dazu macht er parallel ein Ranking, wo es die besten Pommes unterwegs gibt. Also er hat schon mehrere probiert. Es gab, also er nimmt dann das britische Schulsystem von A bis F. A ist die beste Note und F die schlechteste. Er meinte, er hätte schon eh Pommes gegessen. Aber in, Moment, in Washway, in Cornwall, da gab es dreifach frittierte Pommes. Und die waren einfach spitzenklasse. Die waren der Note A. Und ja, wer einfach Pommes und Igel mag, so wie ich, der sollte auf jeden Fall den kleinen Harry ein bisschen unterstützen. Die Kommentare der Woche waren auch wieder sehr zum Schmunzeln. Und haben unter dem einen oder anderen für viele Diskussionen gesorgt. Aber ich habe mir jetzt mal einen rausgeschrieben von Arne Bollesen. Der hat unter das Technik-Video der Tour de France geschrieben, dass weniger Luftdruck das Gewicht im Reifen sinkt. Und viel komprimierte Luft im Reifen ist deutlich schwerer. Mit freundlichen Grüßen. Ja, da sind ihm ein paar schon in die Kommentare gegangen. Haben das Ganze wahrscheinlich als Witz auch aufgegriffen. Ich denke, der Arne, der ist auch ein Witzbold. Der meint das nicht so ganz erst. Denn ich denke, so ein bisschen komprimierte Luft, die wird man gewichtstechnisch in einem Reifen nicht merken. Ich habe aber auch andere Kommentare gelesen, die geschrieben haben, dass 28mm Reifen einfach weniger Rollwiderstand haben. Und 25, 23er Reifen wohl aerodynamischer sind, weil sie einfach schmäler sind. Aber der geringere Rollwiderstand wohl die Aerodynamik schlägt. Und deswegen viele Teams jetzt 28er Reifen fahren. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre auch gerne 27er, 28er. Denn da fühle ich mich einfach am Wohlsten mit. Und wenn es mal ein bisschen abseits geht über unsere Schotterpiste, muss ich mir keine großen Gedanken machen. Und ich habe ebenfalls noch einen sehr netten Kommentar gefunden vom Peter Schett. Der hat unter das Technik-Video oder Bike-Handling-Video vom Ritschi geschrieben, dass er wegen uns mit dem Radsport angefangen hat und wir dich jeden Tag aufs Neue motivieren. Er sagt Danke und ich denke, ich kann auch im Namen von Richard sprechen. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Sowas freut uns immer ungemein und ist immer zehnmal so viel wert wie der Kommentar, falls wir uns mal wieder versprochen haben oder irgendwas nicht haargenau recherchiert haben. Deswegen vielen Dank für solche Kommentare von euch und ja, das macht uns immer ziemlich glücklich. Bei der dieswöchigen Caption-Competition wart ihr wieder fleißig am Kommentieren und habt den jungen Philipp Gilbert dann doch als Richard Weinstein mal wiedererkannt. Und der beste Kommentar, der gefiel mir vom Florian T., der hat geschrieben, der junge König Ritschi als knappe Knaub den Frickeldienst quittieren wollte. Ja, so hilflos sieht er ja, Richard, manchmal aus und im letzten Video scheint auch irgendwas an seinem Fahrrad geknackt zu haben. Also, wenn der Junge aus dem Urlaub wiederkommt, dann muss ich mir das Rad mal zu Herzen nehmen und das wieder heile machen. Und auch, ja, der Florian, der bekommt natürlich für seinen Kommentar eine GCN-Trinkflasche, also melde dich bei uns für deinen Gewinn, dann kriegst du die auch zugeschickt. Und für diese Woche habe ich ein, ja, kurioses Foto von Marcel Wüst gefunden, das ist in dieser Bild-Datenbank, die wir zur Verfügung haben, bei mir irgendwie aufgetaucht. Ich weiß nicht, was er da genau macht, vielleicht ruft er zu Hause an, Mutti, ich habe keinen Schlauch mehr dabei, ich habe einen Platten, bitte hole mich ab. Oder ihr habt eine bessere Caption, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann habt ihr auch wieder eine Chance, eine Trinkflasche zu gewinnen. Fehlt nur noch der Wochenausblick für diese Woche und am Donnerstag machen wir weiter. Oder Richard hat mal ein Video für euch gemacht mit Gedanken, die einem so beim Radfahren kommen, welche das sind oder welche das bei Ritchie sind oder vielleicht auch welche, die eure Gedanken sind. Also, das wird auf jeden Fall ein lustiges Video und Samstag haben wir dann das Pro-Bike von Tadej Pogacar, das Prototypo oder doch V3 RS Pro oder V4 RS. Auf jeden Fall haben wir uns mal alle Details angeschaut vom Sieger des weißen Trikots und zweiter im Gesamtklassement. Das schicke Colnago, Sonntag geht es dann weiter, wieder mit einem Video von Richard. Der hat Herzfrequenz und Powermeter mal miteinander verglichen. Wie lässt es sich mit welchem System trainieren und was ist besser oder kostengünstiger? Und Montag geht es dann wieder in die Werkstatt. Ich zeige euch mal, wie ihr eure Schalt- und Bremshebel richtig einstellt, was man da so beachten muss und wie man vielleicht besser bremden kann dann demnächst. Und Dienstag ist dann der Richard endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Die faule Socke hat mich hier jetzt zwei Wochen allein gelassen quasi und wir sind dann wieder zurück und haben auch, glaube ich, ein ganz cooles Showthema schon im Petto. Und am Ende fehlt ja nur noch Abo dalassen, liken, kommentieren, Caption Competition, Fotos hochladen für die Inspiration. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Richie. Bis dann. Ciao, ciao.